Das ist ein Kind noch gewesen. Das ist schon lange her. Da war Weihnachten ein Märchen und noch viel mehr. Es gab nur kleine Geschenke. Mitunter auch ein paar Schuhe und das erlaubte ein kleines Pippchen dazu. Wie war das eine gedacht? Dann wurde ich Eltern grüßen, wünschte mir das und dies. Schierte auf, an das Geschenk zu glauben, verlor dabei das Paradies. Nun kam der Krieg mit all seinen Schrägen, mit Hunger und mit Not. Dann wurde ich wieder bescheiden und war dankbar für ein Stück Blut. Nur der Wunsch für 50 Cent. Sie wären ja draußen im Ziel in die Macht und wir waren einsam und weinten in der stilend heilige Nacht. Das war's. Mwah.